Musik Unser 18. Türchen ist wieder da und damit natürlich auch ein besonderer Gewinn, nämlich Sky Hill für den PC. Es wundert uns, dass wir sowas zu dem Spiel bekommen, aber Sky Hill ist ein wundervolles Spiel. Muss ich wirklich sagen, warum Sky Hill ganz besonders ist, das erfahrt ihr jetzt oder seht ihr jetzt in diesem kleinen Trailer. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Das Besondere an Sky Hill ist natürlich, dass das Ende komplett offen ist. Das heißt, ihr könnt euch selbst darum Gedanken machen, was passiert oder was kommt eine Fortsetzung zu Sky Hill. Das ist natürlich eine ganz große Frage und das könnt ihr einfach mal selbst herausfinden. Spielt das Spiel einfach mal und vielleicht ist es ja genau das Richtige und vielleicht kommt ihr auf den Gedanken, okay, es kommt vielleicht noch ein zweiter Teil. Das wäre natürlich sehr besonders und dafür habt ihr natürlich jetzt die Chance. Aus Sky Hill zu gewinnen für den PC. Was ihr dafür tun müsst, ist ein Kommentar zu schreiben unter advent.eplmuse4.de oder natürlich auch gerne unter YouTube und schon könnt ihr das Ganze gewinnen. Also macht fleißig mit und gewinnt heute Sky Hill für den PC und wir sehen uns morgen wieder. Und morgen haben wir wieder ein tolles Spiel für euch. Oh mein Gott. Das solltet ihr nicht verpassen. Morgen im Nintendo Adventskalender und heute aber noch erstmal Sky Hill. Also macht fleißig mit und teilt fleißig unsere Beiträge. Denn wenn ihr teilt, habt ihr vielleicht auch noch die Chance, die Chance mehr zu gewinnen. Beziehungsweise auch eine Gewinnchance vervielfacht. Das ist natürlich umso besser, oder? Macht fleißig mit und gewinnt heute Sky Hill für den PC. Bis zum nächsten Mal.